Mit der Xenus von Zeiss werden unsere Messungen deutlich genauer und schneller. Das High-End-Messgerät Xenus von Zeiss ist eine der präzisesten Messlösungen weltweit, auch für große Werkstücke. Je genauer das Messsystem misst, umso mehr Toleranz bleibt für die Fertigung. Ihre Genauigkeit im Submikrometer-Bereich trägt spürbar zum Erfolg dieses Maschinenherstellers bei. Mit der Xenus können wir unsere Kunden von der Genauigkeit unserer Maschinen überzeugen. Die Firma Röders Tech in Norddeutschland produziert Fräs- und Schleifmaschinen und liefert diese weltweit in über 50 Länder. Die Firma Röders kann auf eine über 200-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Ich führe das Unternehmen jetzt in sechster Generation in direkter Linie. Vor etwa 30 Jahren haben wir angefangen, zunächst hochpräzise Fräs, dann auch Schleifmaschinen zu entwickeln, die vorwiegend im Werkzeug- und Formbau eingesetzt werden. Gleich neben der Fertigung ist der Messraum. Was messen Sie denn heute hier? Sie messen hier den RHP-Tisch? Ja. Dann wird das mit der Maschine auch zügig gehen, nicht? Ja. Denn durch ihre Genauigkeit liefert die Xenus deutlich schneller das gewünschte Ergebnis. Sie muss diesen angelieferten RHP-Tisch vermessen, bevor er montiert werden kann. Die Toleranzen dieser Kundenteile haben sehr hohe Ansprüche und gerade bei dieser Form haben wir sehr geringe Toleranzen, die nur mit der Xenus aufgelöst werden können. Jedes andere Messsystem müsste Mehrfachmessungen durchführen, was uns wieder mehr Zeit kosten würde und dadurch ist die Xenus die richtige Wahl. Nach Freigabe kann das Werkstück jetzt verbaut werden. In dieser Schleifmaschine, einer RHP 500. Die fertig montierte Maschine schleift die Oberfläche einer Stanzform für Joghurtbecherdeckel, bei der sehr enge Toleranzen gefordert sind. Können wir hier mal gucken? Wir machen die Bearbeitung auf der RHP für unsere Kunden, um nachzuweisen, was auf unserer Maschine möglich ist und müssen das natürlich dann auch messtechnisch gemeinsam mit den Kunden prüfen können. Und da ist die Xenus eine große Hilfe für uns. Die Herausforderung ist die sehr hohe Genauigkeit. Wir müssen unterhalb von 0,8 µ messen, teilweise 0,3 µ und das erreichen Sie mit keiner anderen Messmaschine. Die Xenus ist in der Lage, aufgrund ihres stabilen Aufbaus, die Positionierung der Taster besser zu gewährleisten als andere Messmaschinen. Dazu kommt, dass nicht das ganze Portal bewegt wird, sondern nur oberhalb der Y-Achse eine Bewegung stattfindet, sodass ich insgesamt ein viel besseres Streuverhalten habe als bei anderen Messmaschinen. Auch die Entwicklungsabteilung nutzt die Daten der Xenus. Na, wie sieht es aus? Das ist jetzt das Teil von der RHP? Ja, also die Oberfläche sieht sehr gut aus. Ja, perfekt. Die Messungen helfen dabei, die Präzision der Schleifmaschinen immer weiter zu verbessern. Für die Weiterentwicklung unserer Maschinen ist es entscheidend, dass wir Abweichungen an Bauteilen bis hin in den Submikrometer-Bereich zuverlässig feststellen können. Und dafür ist die Xenus ein hervorragendes Hilfsmittel. Somit hat sie einen direkten Einfluss darauf, wie viele dieser Maschinen Röders weltweit verkaufen kann. Seitdem wir jetzt die Xenus haben, werden die Ergebnisse in der Regel uneingeschränkt akzeptiert. Dadurch sind wir in der Lage, verlässlich und zweifelsfrei nachzuweisen, welche Präzision wir auf unseren Maschinen erreichen. Und für den Kunden selbst ist das Messprotokoll oft die Grundlage einer Kaufentscheidung. Und auch da kommt es nicht selten auf Zehntelmikrometer an.